Unsere Praxis besteht seit über 20 Jahren und wurde durch die Eingliederung neuer Frauenärzte erweitert. Wir sind innerhalb jeweils umgezogen, um in neuen Räumlichkeiten unsere Vorstellungen von einer zeitgemäßen, qualifizierten, aber auch menschlich orientierten Medizin zu verwirklichen. Wir haben das Angebot genutzt, in Wilhelmshaven eine Zweitpraxis zu eröffnen. Die Zusammenarbeit im Rahmen unserer Geburtshilfe und Operationen konnte auf diese Weise durch kurze Wege weiter verbessert werden. Wir haben das Angebot genutzt, in Wilhelmshaven.